Herzlich Willkommen, mein Name ist Silke Mara. Ich spreche Sternensprache, Lichtsprache und übermittele Botschaften in Form von Geschichten. Heute lese ich euch eine etwas ältere Geschichte von mir vor, die aber trotzdem immer noch ihre Gültigkeit hat. Und die Überschrift lautet Das Mädchen und der Ball. Das Mädchen spielt vergnügt mit seinem Stab, an dem viele bunte Bänder hängen. Jauchzend bewegt sie den Stab immer wieder in eine andere Richtung und die bunten Bänder flattern lustig im Wind. In einiger Entfernung sieht ein Junge dem Mädchen missmutig zu. Warum hat sie mit diesem dummen Spielzeug so viel Spaß und ich mit meinem neuen Fußball gar nicht, fragt er sich. Sein Vater hatte ihm diesen Ball von seiner letzten Geschäftsreise mitgebracht, aber er hatte nicht mit seinem Sohn gespielt. Nun geht der Junge auf das Mädchen zu. Sie ist ein gutes Stück kleiner als er. Das Mädchen ist ganz in ihrem Spiel vertieft und bemerkt den Jungen erst, als er nah bei ihr ist. Die beiden schauen sich an. Willst du mit mir spielen? Hört der Junge sich selbst überrascht diese Frage stellen. Willst du auch mit meinen Bändern spielen? Der Junge sieht sie verdutzt an und nickt. Lässt du mich dann mit deinem Ball spielen? Wie dann nickt er? Die beiden Kinder tauschen ihr Spielzeug und sofort beginnt die Kleine mit dem Ball hin und her zu laufen. Sie wirft den Ball hoch und fängt ihn wieder auf. Ein wenig entgeistert betrachtet der Junge eine Zeit das Mädchen, da sie sofort wieder Spaß und Freude hat. Zögerlich beginnt er den Stab mit den bunten Bändern hin und her zu schwenken und bemerkt, wie schön das Sonnenlicht die Bänder erstrahlen lässt. Manche Bänder glitzern sogar im Sonnenlicht. Nun beginnt er die Stange mit den Bändern so zu bewegen, wie es seinen Körper möchte. Der Junge lacht vor Freude. Schließlich läuft das Mädchen zu ihm hin. Wollen wir zusammen spielen? Fragt sie. Der Junge hält in seinem Spiel inne. Aber kein Mutter-Kind-Spiel. Die Kleine lacht. Nein, natürlich nicht. Du bist als Kind schon zu groß für mich. Wollen wir Ball spielen? Der Junge lächelt unwillkürlich und die beiden beginnen, ein eigenes Spiel mit dem Ball zu kreieren und lachen immer wieder dabei. Langsam geht der Tag zu Ende. Ich muss jetzt nach Hause, meint der Junge. Wo wohnst du denn? Fragt er das Mädchen. Ich warte an den Orten, an denen du mich treffen willst, erläutert das Mädchen. Der Junge sieht sie irritiert an. Schaue mich genauer an, fordert sie ihn auf. Er betrachtet sie nun ganz genau und erkennt, dass sie zarte und transparente Flügel hat. Nein, du hast nicht so viel Fantasie, ruft sie aus. Auch wenn dies die Erwachsenen manchmal zu dir sagen. Lasse dir dies nicht einreden. Wenn was du wahrnimmst, ist Realität. Und ich liebe dich genauso, wie du bist. Immer wenn du traurig oder ängstlich oder wütend bist, dann erinnere dich an meine Worte. Oder treffe dich einfach mit mir. Sie lächelt. Der Junge starrt das Mädchen mit offenem Mund an. Es redet gar nicht wie ein Mädchen. Doch die Worte und die Liebe dieses seltsamen, geflügelten Mädchens tun ihm äußerst gut. Wer bist du, will der Junge wissen. Ich bin dein Schutzengel. Ich danke euch. Schönenенные Mädchen. Untertitelung des ZDF, 2020